Wir haben ja, sag ich mal, diesen 1,25 MW-Stack und wir erzeugen 23 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde. Ja genau, was mache ich mit 23 Kilogramm? Was heißt das? In weniger als einem Tag, also 20 Stunden, produzieren wir so viel Wasserstoff mit einem Stack, dass man mit einem Pkw ungefähr 40.000 Kilometer fahren kann, so Größenordnung. Das ist immer so, wenn ich das sage, das hört sich so aus der Pistole geschossen an. Ich weiß, das muss man erstmal sacken lassen, solche Werte, weil der Otto Normalverbraucher, ich auch, also vor Jahren kannte ich eigentlich nur meinen Liter Benzin und ich wusste, wie weit ich damit komme.